Leute, ihr wundert euch vielleicht, warum ausgerechnet ich jetzt mit dieser Flagge hier sitze. Ich kann euch den Grund zeigen. Fällt euch was auf? Fällt euch was auf? Ich, ich habe mein ganzes Leben lang nie auf meine Gesundheit geachtet und wie sehe ich aus? Wie 30 sehe ich aus? Dieses scheiß Land, dieses scheiß Dänemark. Ein Volk, mein ganzes Leben lang habe ich dieses scheiß ertragen, aber jetzt ist los. Ich wandere aus, ich gehe nach Schweden. Diese Sozialdemokraten, dieses PAK, dieses Volk von Kleingreißen, Konformisten, Opportunisten. Schweden ist das einzige Land, was noch groß ist in dieser Welt.